dann auf zum vorletzten raum jetzt bin ich mal gespannt was die da uns jetzt noch vorwerfen hier vielleicht schaffe ich ja auch alle wir werden sehen alle restlichen herausforderungen die kenten von der wucht anzunehmen für den griff nach erfolgreichen ausweichen und stiehl ein gegenstand ja ich das hinbekomme könnte ich dann noch die 900 wieder zusammen bekommen leider nicht die 1000 aber irgendwann die 900 das ist schon mal was ja weniger zarenrüstung schön und gut aber war's schon das muss nicht sein gut also wieder gegenstände stehen geht das wirklich auch auch erst nach dem katzen tanz ich glaube nicht dass es so geht ne schade was bekomme ich denn da alles für gegenstände alter herr das hört ja gar nicht mehr auf alle angriffe kritisch okay jetzt habe ich vergessen gegenstand zu stehen oder bei voller wucht anzeige fertigkeiten zu nutzen ich bin ein bisschen verkackt was das betrifft ich dachte schon was das nein was kann die denn jetzt noch für uns tun weil wir haben ja schon nein danke von den 41 traum googeln ernsthaft das kostet schon so viel das zeug dafür hat man dann mehr gegenstände oder was ja weil sind das jetzt auch von gegenstände auf stand und auf schatztruhen gezogen oder was anderes was ist das gerade was ich jetzt nicht so wirklich verstehe naja deswegen gebe ich da jetzt nichts aus also nichts her warte dem es wohl noch nicht mal hier roland ich will jemandem verstehen also lass es mich machen bevor du jetzt hier ab geht's wie ein zäpfchen so das muss aber jetzt gut gehen ach wieder nichts ist auch noch daneben nicht euer eins war es das jetzt schon das kann es aber nicht sein komm bitte sag mal dass hier noch irgendwo gegner sind die ich beklauen könnte ein großer voller dem wir ganz gut verschließt ist das der letzte raum vor dem großen geisterkönig end boss kampf echt wahr ja da habe ich noch eine große gruppe an gegnern und ein oder zwei könnte ich noch was bekommen ja dass wenn die angriffe alle kritisch sind das ist schwer habe ich fast nein komm schon na endlich so so sieht's aus so runter mit dir na wenigstens das habe ich geschafft 935 aktuell gibt's noch welche ich glaube mal nicht ja Leute sind durch und jetzt wird es endgültig Zeit der geisterkönig erwartet uns schon so dann machen wir mal eine gute rüstung hier ich glaube ich bleibe beim Katzentanz weil der wird bestimmt jetzt abgehen mit seinen Angriffen wie ein Zäpfchen aber sowas von ich meine das Ingenieursdingsbums wäre auch ganz praktisch aber hm ach ja hat da noch was anderes hier die Wachen der Hand so dass ich wiederbeleben kann für alle Fälle so ich glaube ich lasse jetzt Evan hier mal ran Cecilius und das glaube ich wär's so sie kann auch für Unterstützung sorgen hm ich hoffe wir sind bereit dann können wir loslegen ah was soll der Geiz come on wenn wir das schon haben nutzen wir's auch gleich so alle sind topfit und bereit ich hoffe es denn jetzt legen wir ordentlich los hier wie weit wir schon gekommen sind echt echt nicht zu fassen kommen wir uns in Wetter hm kurz zum Schluss hier ui 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 hab ich noch was zum ausrüsten hier Scheinern jetzt auch ein Schuhwerk ist tatsächlich was hinzugekommen die Erlöserstiefel hm ey Susi bitte für Schuhwerk dass sie so weit unten ist hier steht hohe Qualität ja hm ich glaub das könnte er sie gebrauchen ich glaub das könnte er sie gebrauchen stand den es noch zu kriegen gibt auch wenn ich keine vollen tausend Kugeln habe oder auch mehr ich weiß nicht wie viel es insgesamt gibt ja ich denke wir haben die unterste Ebene des Labyrinths erreicht auch wenn ich nicht äh unbedingt mehr als tausend Traumkuchen zusammenkriegen konnte was soll's was soll's das passt auch da ist er da ist er der Riss in Leere au weia da sind wir wirklich sperrangeweit offen äh steht wirklich sperrangeweit offen sag mal glaubst du wirklich dass Rami der Geisterkönig ist vielleicht hat sich der richtige Geisterkönig bloß irgendwie verkrochen ja ich wüsste jedenfalls nicht wo außer vielleicht auf der anderen Seite des Risses du verlangst jetzt aber hoffentlich nicht dass wir uns da hineinstürzen ich für meinen Teil habe noch was vor dem Leben wir kaufen Geisterkönig reden da ist er will er sie sehen die Schönheit der Leere Geisterkönig nein König Rami welch lang vergangener Klang hab ich ja eins gesagt auf ein Wunder gehofft aber du bist echt der König von Nimmerland oder wenn der König einfach nur vom Dämon auch beherrscht wird können wir vielleicht noch retten der Hauch die Wurzel meiner Kraft der Geisterkönig bin ich komm wieder zu der König Rami hilf uns bitte den Riss zu schließen wie hoch der Preis für Nimmerlands Feinde das Leben aller Fremdlinge und das Wächterband und ewiger Ruin dein Land Nimmerland existiert schon lange nicht mehr Fremdling Herrscher des Bösen Evan Peter Whisker Tom dein Urteil wartet Evan du hast es doch sicher selbst schon erkannt erst jenseits aller Vernunft dein Kampf ist unvermeidbar ja ja du hast recht Geisterkönig Rami im Namen meines Königres Merpolis und im Namen deiner Gefangenen untertan werde ich dich besiegen dann mal los und damit geht's los der große Endkampf gegen den Geisterkönig beginnt oh da kommt schon oh auch scheiße wie viele Schaden macht er dabei so weg mit der Geisterbarriere so bitte aufpassen sehr schön okay aua nein ah da hat's mich erwischt ich hab's ja gewusst dass er es heftig wird so heftig hab ich jetzt nicht damit gerechnet ah komm ah das war jetzt ein Fehler oder da greift mir natürlich Feuer an ein Eingriff drauf viel zu lange zum Aufladen oh das war aber nice hey was zum oh nein was jetzt beschwört der noch er ist eingefroren was okay das ist meine Chance das hat gesessen ordentlich aber selbst zu den Schlüssen kann ich ausweichen sehe ich gerade oh man ach komm was war ich zu spät dran wieder das hat jetzt echt ganz schön gesessen nicht noch mal Freundchen wow das klappt ja richtig gut schieß ihn ab diesmal nicht Freundchen oh nein was jetzt ah shit solange er das macht oh nein damit trifft er noch ich hab mich extra weiter entfernt alter das war vielleicht ein heftiger Angriff aber das trifft ihn auch noch alter das macht Damage so ist also der ultimative Kampf gegen ihn ich hab ihn wirklich oft auf diesen Eingriff setzen hier der macht trotzdem so viel damage noch mal Freundchen au oh gleich gleich wieder drauf setzen muss hier come on solange die gegenlegenheit noch 50 ist ja danke für die Heilung ja gib her jetzt ist Schluss mit dir und das wär's damit geht der Geisterkönig in die Knie und damit haben wir es geschafft das Labyrinth ist durch und damit auch das Let's Play Das war meine pflicht so war es pandemus macht ich ich verstehe der dämon auch hat mich kleiner könig dank dir kann ich wieder klare gedanken fassen wie kann ich eh wieder gut machen was geschehen ist ein glück der dämon auch ist verschwunden aber ihr sieht immer noch ziemlich geisterköniglich aus oder 2000 jahre lang sind ihnen gehen des rituals durch diesen körper geflossen kein mensch könnte das überstehen ohne sich zu verändern wir haben auf dem weg hier die geister deiner soldaten und generelle getroffen alle haben sie sorgen dich gemacht jetzt verstehe ich sie waren es die dich hergebracht haben meine gefährten die mir bis über den tod hinaus treu geblieben sind rami dein königreich nimmerland was ist damit geschehen alles begann als sich hier er der riss die lehre zwischen den wäldern öffnete die lehre ist das gefängnis von pandemus und parma pandemus dunkle macht der dämon auch quoll aus dem riss hervor und brachte unheil über das land nimmerland sah es sich in einem ansturm besessen der kreaturen gegenüber der nicht enden wollte als uns kein anderer ausweg mehr blieb begab ich mich mit meinen getreuen in die tiefen des labyrinths und begann ein ritual um das den riss zu verschließen und das hat du 2000 jahre lang durchgemacht das hat den jahren durchgemacht doch das war wieder wenn ich hatte die kraft und so ist vielleicht das makamoth auf meiner seite sein geist ist schon vor langer zeit verstummt doch seine macht wirkt bis heute weiter doch als plötzlich pandemus aus einem schlumm erwachte überwägte mich die kraft des dämonen aus sie machte mich zum geisterkönig zum herrn der besessenen kreaturen in der umnachtung des haus blieb mir nur eine einzige empfindung die sehnsucht nach einem verlorenen nimmerland ich tat etwas das ich mir all die jahre untersagt hatte ich warf einen blick auf das was aus meinem reich geworden war ich wirkte einen zauber um mein inneres auge über die medienzahnebene schweifen zu lassen doch was ich dort sah war nicht nur mein nimmerland sondern ein land voller fremder unser minapolis eine blinde wut überkam ich und ich öffnete ein tor das euch in die oberwelt führte ich war von dem wunsch besessen die blinden zahnebene wieder mein zu machen ich danke dem schicksal dass mein türkisches unterfang von euch verändert wurde ohne euch hätte ich mich nie wieder daran erinnert worin meine eigentliche pflicht besteht evan petawiska tom ich bin dir zutiefst dankbar dass du mich daran geändert hast großes leid über die welt zu bringen ich habe das getan weil auch ich ein königreich zu beschützen habe und ich hatte dabei die hilfe meines volkes genau wie du damals ich habe dein reich gesehen und ich habe den ort getan gesehen es ist ein land voller glückseligkeit ein gutes land ich lege immer das schicksal der melanzahnebene in deine hände für dein land zu ewigen glanz so wie ich es mir für mein nimmerland immer gewünscht habe mein schicksal ist es hier im labyrinth den loris in die lehre für immer geschlossen zu halten ich werde von ihr unten über minapolis wachen also machst du für uns weiter mit deinen ritual dingens könig raumi vielen dank kleiner könig mit dem starken willen der sie selbst dem dämon auch nicht bewegt das labyrinth steht dir immer offen wenn du die gräzer der kraft erproben willst ohne zweifel kannst du diesen düsteren ort auf deine weise zu einer quelle der kraft werden lassen ja wenn man möchte das wäre geschafft eine geheime schriftrolle noch oben drauf und einen geheimen bauplan level ups ja wir haben schon level 150 jetzt mit evan und naja nur mit evan alleine erstmals aber wir sind erstmals schon so ziemlich komplett also mit evan haben wir immer den höchsten level erreichen können und jetzt schauen wir mal hier was wir noch als letzten gegenstand kriegen können ein legendäres schuhwerk wäre doch ganz geil dann hat jeder so ziemlich immer nur legendäres zeug bei sich und ich glaube es nicht ich habe es doch ich habe es gerade predicted nicht zu fassen ja das ist was für roland aber eindeutig die ewigen treter resistenz gegen schlaf gesamte abwehr ist aber ab what und alle angriffe sind auch noch alter das ist aber jetzt ein extremst gemein naja nehmen wir das so hin auch wenn in austausch dafür dass ich jetzt nicht mehr so gut angreifen kann aber ich meine komm schon soll sich ja die rüstung nicht an also ewige rüstung und ewige ewige treter da haben wir was ja damit sind alle mit wirklich heftigen zeugs ausgestattet tja und damit können wir das labyrinth nun endgültig verlassen und endgültig hinter uns lassen hier da bekommen wir auch schon zwei achievements auf einmal das labyrinth und geisterkönig tja mehr gibt es da nicht zu sagen ne vielleicht gibt es da noch eine irgendwo eine ähm ja sag schon in menapolis gibt es da vielleicht irgendwas vielleicht hat da jemand was zu sagen dazu abschluss des labyrinths ratolion scheint sich für das juwel des labyrinths den beweis der durchklärung unwirtlichen orte zu interessieren finde heraus was er dem gegenzug zu bieten hat oh ratolion der ist sogar gerade da hallo eben wie ich hörte ist die gefahr durchs labyrinth gebannt das war sicher nicht leicht aber ich habe keine sekunde an deinen erfolg gezweifelt danke ratolion aber wie bist du da extra gekommen mir das zu sagen du hast recht normalerweise hätte ich einen boden geschickt aber es gibt etwas das ich persönlich mit dir besprechen wollte es ist so in der katzal katzalisation wurde ein riss in leeren deck genau wie ein blabyrinth was womöglich hängt auch das erneut auftauchende schwarzen ritters mit dem riss zusammen glücklicherweise ist der riss sehr klein so dass unsere aufmager sich selbst darum kümmern können oh dann können das juwel des labyrinths helfen dieser edelstern wurde auch für das ritual zur versicherung des risses labyrinths benutzt das würde die arbeit der hofmager ganz bestimmt erleichtern oh ja hab dank evan ich werde das juwel umgeben unseren hofmager hinzukommen lassen ehrlich gesagt hatte ich noch nie ein weiteres anliegen ich wollte dir gerne dieses schwert überreichen ein löwenbändiger das schwert des königs ne das ist das ist das schwert das könig leopold zu lebzeiten führte es war er war jedoch der ansicht dass es in deinen händen eines regenten zu mächtig sei und versiegelt er es deshalb eigenhändig innerhalb des schlosses wenn ich es doch nur etwas früh gefunden hätte es wäre dem labyrinth sicher vernutzen gewesen bitte verzeih ach was hab vielen dank dass du es extra hergebracht hast keine ursache so hatte ich auch endlich einmal gelegen ein besuch abzustatten also dann kommt bald mal wieder ein karlsbuckel vorbei krass ein neues schwert so erstmal ihr materiallager leeren so aber ich bin gespannt wie stark das jetzt ist natürlich hm schade es ist stark und und hat durchaus wirklich potenzial vor allem gegen die mumons ist es gut wirkungsvoll aber es ist nichts im vergleich zu den klingen die wir gerade bei uns haben zu schade naja was soll's ich glaube ich habe ja auch schon mein Gesamtfazit zu dem Spiel gesagt ne ich vermute mal ich hab das getan deswegen kann ich jetzt nicht mehr groß möchte ich jetzt nicht mehr große reden schwingen und mich verabschieden von diesem Let's Play es war wirklich wie gesagt ein sehr schönes Spiel Soundtrack wirklich gut schöner Soundtrack auf jeden Fall schöne Grafik auch wirklich gutes Gameplay eine schon sehr sehr naja teilweise ein bisschen unrealistische Story aber ein bisschen zu sehr und ja Charakterentwicklung vielleicht ein bisschen gerusht und dass hinter ein DLC wirklich zusätzliche ähm zusätzliches Lore und so verborgen äh so verborgen bleibt das finde ich auch ein bisschen gemein aber als guten Ausgleich dass wenigstens der DLC gratis ist das kann ich noch hinnehmen also ich kann das noch äh so verzeihen ich wünsche dir aber beim nächsten Mal sollten die äh sollten die Publisher und Entwickler das lieber nicht hinter die DLC verstecken sondern lieber gleich im Spiel von vornherein einbauen naja aber wirklich das Spiel war wirklich großartig gute Qualität alles mögliche also ich hab das Spiel in großem Ganzen wirklich sehr sehr genossen ich hatte wirklich viel Spaß damit und es ist wirklich ein genialer zweiter Teil im Vergleich zu den ersten den ersten werde ich natürlich auch noch demnächst spielen darauf könnt ihr euch verlassen aber wann wissen wir noch nicht irgendwann vielleicht mal für zuerst möchte ich mich wirklich mal garantiert auf alle anderen Projekte noch konzentrieren und ja auf ein weiteres äh Kurzprojekt das ich noch geplant habe das jetzt direkt nach diesem Spiel kommen wird ihr werdet dann schon sehen äh was kommen wird und äh nach diesem Nini Projekt geht es dann auch noch direkt weiter mit äh Breath Zelda Breath of the Wild japp damit wird es dann auch noch weiter gehen und ein anderem Projekt das ich noch geplant hätte aber auf jeden Fall Breath of the Wild möchte ich zuerst noch abschließen und direkt danach Hyrule Warriors äh Zeit der Verheerung weil ähm ja das neue Hyrule Warriors auch noch mehr ein Prequel zu ähm Lotion of Breath of the Wild darstellen soll obwohl manche sagen dass es jetzt nicht mehr ganz so der Fall ist naja man wird es sehen jedenfalls bedanke ich mich herzlich dass ihr dabei wart ein letztes Mal Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen weiterhin wünsche ich was meinen anderen Videos eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare ich hoffe ihr hattet Spaß damit ihr könnt euch das jederzeit noch für Playstation 4 äh Steam und Nintendo Switch ich glaube Nintendo Switch für Nintendo Switch gibt das Spiel auch oder wenn nicht kann ich mich ja natürlich auch irren ansonsten garante für PS4 und für Steam worüber ich jetzt gerade gespielt habe ja also ich denke ihr werdet mit dem Spiel so wie ich meine Freude haben gut also jetzt ohne große Umschweife danke nochmal fest dabei sein bei diesem richtig langen Let's Play und ja dann sehen sie da beim naja dann ähm einfach kurz gesagt auf Wiedersehen und Tschüsschen Leute da 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 Now you know what I'm made of.